Das wird ein harter Kampf. Vielleicht sollte ich vorher mal testen, was passiert, wenn man alle vier Sekunde verliert. Was ist das denn hier sinnloses? Dann könnte ich, falls es nur gegen mich geht, ganz entspannt. Alter, mach was. Der Totem da anbeten. Ach nein, ich muss ja hoch. So, das wird noch mal richtig schön teuer. Da oben ist das Auge. Okay. Ich kann vier direkt übernehmen. Ach ja, zwei natürlich. Eins, zwei. Das ist sehr wichtig. 29, 31, 31. 31, sehr gut. Das sind nur 31. Ach, da ist das der Gute da, ne? Das ist der Kuga. Das ist der Kuga hier. Ich brauche Fitte, Mittelmauern. Ich brauche Gift Speyer. Ich brauche einen Schildträgerort. Ich brauche Verfluchtebelagungsbastien. Ach, die scheiße Mauern brauchen die hier, ne? Da haben wir auch Spieße. Spieße, spieße. 10.000. Und... Habe ich nicht mal das. So. Zurück. Start. Oh, oh, oh. Oh... Du spielst uns genau in die Hände! Jeder Schrei nach Hilfe! Jeder Verteidigungsschlag! Sie zögern das Unvermeidbare hinaus! Ist ja auch noch interessant, wenn die Angst mich jetzt wieder verraten. Was ist denn der? Hä? Da... So... Das war nicht so gut. Vielleicht kann ich mich besser auf dir konzentrieren. Oh! Er tötet. Ups! Ging schnell! Genau! Habt ihr gewonnen?! Wie zidert? Was ist denn da los? Fuck, eben geschossen mehr. Erst einmal werde ich dich ordentlich durchlächern und dann nehme ich deine Festung ein. Ich bin sehr gespannt, was mir mehr Spaß machen wird. Eee, eee, eee. Er konnte nicht mit mir reden. Der wurde einfach so überrascht. Genau. Fuck, yo. Eee, 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 eee. Zwei Leute, die das Torx-Groß. Das ist ein Match. Du brauchst Hilfe. In Ordnung. Komm schon. Warum kämpfst du immer weiter? Du und deine Jungs haben keine Chance. Für diese Unterbrechung. Auf jedem Schlachtfeld halte ich auch immer ein. Gucke, was der Gegner sozusagen hat. Ich muss schon mal in den Weg. Weg. Ich muss erst mal mir rekrutieren. Ich will dein Auserwählter sein. Wo ist eigentlich mein komischer Faulk? Was ist passiert? Das ist ja falsch. Husch, grimm. Husch, grimm. Die macht hier auch viel Ärger. Natürlich auch ganz mal angucken. Ja, ja. Alter, da, 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 da. Eee, eee. Ich bin dein Diener. Ich bin dein Diener. Für mich. Ich bin dein Diener. Ich bin dein Diener. Nächste Welle an drei. So. Was will dein Diener kriegen? Lecker. Das minst du Festung. Ich kenne Ghulhügel mit besserer Verteidigung. Noo. 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 Fühlst du dich sicher in dieser schönen Festung? Was ist das doch? Warte nur, bis wir deine Haut wie ein Banner von den Zinnen hängen lassen. Was ist das denn für einer? Noo. 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 Nee doch mal irgendwen. Hä? So. Verstehe ich, wenn sich meine Macht entlädt? Ich erwarte deine Befehle. Ich kämpfe mit dir. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Mein Leben als Diener ist nichts zu befürchten. Guck halt nur zu. Ich muss da einfach befürchten. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Ach, jetzt hat der mich endlich entdeckt. Wie ist der denn schusssicher? Hm, Sprunglokale sind natürlich auch kacke. Ach, der wird da schon zusammen geboxt von Mainz 4. Sehr schön. Warum nicht? Und jetzt kommt alle mal hier rüber, bitte. Ja, vier. Das hier blutet. Ach, das Gift, der zieht mir das auch weg. Super. Der war auf jeden Fall meiner. Da sterben sie gleich wieder alle auf. Ah, der wird. Der war auf jeden Fall der Fall. Ich liebe deine Tricks. F***. 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 Wieso? F***. 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 Puck vom schwarzen Tor ist tot. Puck, Puck, Puck. Ja, doch, warum ist denn hier? Oder aufgeleuchtet. Oh, das war knapp. Sieg, Sieg, Sieg. Etappe abgeschlossen. Das ist ein Fähigkeitspunkt. Etappe 5. Was jetzt? Sirid Ungol wird belagert. Hä, jetzt geht es immer so weiter oder was? Was soll der Scheiß? Das ist ein Fähigkeitspunkt. Das ist ein Fähigkeitspunkt. Das ist ein Fähigkeitspunkt. Ähm, fahren wir mal nach Sirid Ungol und gucken uns das nochmal an. Wenn ich denn die Verteidigungsanlagen habe, geht es ja noch. Aber ohne. Dann kaufe ich auch keine neuen. Ich meine, was soll das, was immer weiter geht? Das ist ein Fähigkeitspunkt. Ich muss mich jetzt mal angucken. Ich muss mich jetzt mal angucken. Ich muss mich jetzt mal angucken. Was sagt denn in meiner Armee hier? Da unten stehen halt ein paar. Hm. Hallo. Oh Gott, was ist er da? Was ist denn da? Spring. Mal gucken, was die Gegner jetzt so können. Drei, die ich nicht nehmen kann. Drei, die ich nicht nehmen kann. Ja. Toll. Ja. 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 Jemand hol ihn auf! Ach du Scheiße, ach Gott, ja, hat es hier wirklich gelohnt. Ja! 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 Hä? Och mann! Haltläufer! Ich werde dir den Hals so lange umdrehen, bis dir der Kopf abfällt. Jetzt fällt er! Warte! Fuck! Er ist entsetzt. Äh, kommt er da. Ach, bitte! Och! Mann! Was dauert denn mal? Rekrutieren. Nein, nicht sowas. Er hat dann auf jeden Fall geschämt. Keine Zeit jetzt hier umdrehen zu kämpfen. Er... 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 Ich gehöre dir, heller Herrscher! Er hat sich nochmal verwandelt. Er hat sich, dass du nicht so liebenst. Er hat sich schon vermeldet, bis wohl zu hoch ist. Los ist die Not-Must-Must-Must-Must-Must-Must-Must-Must-Must-Must-Must-Must-Must-Must-Must-Must. das tut weh ich laufe es mal hier rekrutierung bitte bitte fuck Fokus, weil ich so rennen musste was ist denn jetzt schon wieder dann machen wir guck, dann hatte ich gerade noch meinen rein Ballon ah, da ist mein Fokus ich jetzt leider erst mal danke der Kark hat ihm den Arm abgehackt Verlagerung Sie dürfen das Übungsgelände nicht eventuell verlassen oh, das tut weh zurück ins Geburt verstärkt das Übungsgelände ich könnte nicht durch er zirn durch Karagor, wie schön was ist denn der Boy aha, der verblutet da hinten Elbengeschoss da hinten ja, na, hier rennen wir noch mal gegen Falsch, ey zieht sich zurück tschüss ach, jetzt wollen wir auch nochmal Meier reden als hätte ich heute die Hände nicht schon voll genug der ist tot, ja gut bleibt noch einer feuer fest, ok fuck so, da können wir weiter kämpfen ja, da kann dieser scheiß Standart hier mal nix da kann dieser scheiß Standart hier mal nix du bist erledigt mhm, dieses Kack-Gäft jedes Mal der gleiche Scheiß ah, der verblutet da hinten so, gucken wir da feuer fest ist mhm aha guhlfreund Und zieh, zieh, zieh. Keiner mehr. Keiner mehr. Ich krieg hier jetzt mal einen drauf. Ich bin alle getäubt, oder? Feierfest. Jetzt bin ich vielleicht von irgendetwas vergiftet. Ja, Mann, ey. Was werde ich denn hier die ganze Zeit vergiftet? Scheiße, das Feuerfest. Scheiße, scheiße, scheiße. Geht so viel Live-Leash, der Typ. Was möchtest du? Der ist Frostfress. Das kann er überhaupt alles. Wieso versuchst du's trotzdem noch? Was ist denn da angepasst? Frostfress. Nichts machen. Wird da irgendwie nach den Schwächen gucken. Mit seinem Scheißhorn. Der Beliebte. Kann nichts machen. Kann man hier auf so'n Cargoor versuchen nochmal. Was ich irgendwo einen finde. Bleib stehen! Bleib stehen! Pfff! Pff! Pfff! 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 Na, rechtsklick, zack, raus. Pfff! 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 Das ist so geil, das macht ihm nichts, nichts macht ihm das. Was, wie kann ich den... Sie hat nicht, ne? Okay, in Richtung, es ist so wuchslös, er ist alles, er ist alles. Das ist so wuchslös, er ist alles. Was ist das, ey? Feuer hat Schaden genommen. Das ist ja krass. Im Geschoss, wo seid ihr? Hier, da unten ist was. Hier, genau so. Lass mich. Das ist ja krass. Ach guck, da hält er sich schon wieder hoch, ey. Der heilt sich, muss den Stufe senken. So ein Kackvieh. Da, das zieht schon mal gut was ab. Ja. 44? Ja. Ah. Geschäme reicht. Alter, war das ein B. Der bleibt, oder bitte? Unfassbar. Unfassbar. Unfassbar widerlich. Jetzt noch ein Saft. was soll das what the fuck B Fähigkeiten zwei Stück so Inventar hier gibt es noch mal ein bisschen was dazu A 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 Schau, dass man nicht upgraden kann. Okay, das war ja wieder schön, ganz toll, ganz toll, immer auf die Aufträge von 57 auf 57, das zählt als ein Auftrag, oh mein Gott, toll, 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 toll. Amen. 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 Amen.